So hat das Fernsehen mal angefangen. Herzlich Willkommen auf dem ersten Fernsehturm der Welt. Wir spielen euch jetzt ein Stück, das heißt A Warm Reception. Das heißt Herzlich Willkommen. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr mitmachen. Könnt ihr schnipsen? Könnt ihr, oder? Sehr gut. Könnt ihr auch mit der Zunge schnalzen? Gut. Dann schauen wir mal, was passiert. 1, 2, 1, and 2, and 3. 2, 1, 2, 1, und 3, 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 2, 1, und 4, 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 1, Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wer hat denn gut aufgepasst? Was für Instrumente haben wir denn dabei? Ich bitte um Handzeichen. Wer ein Instrument erkannt hat, sag's. Laut. Eine Klarinette. Halt mal bitte deine Klarinette hoch. Ganz hoch. Das ist eine Klarinette. Was haben wir denn noch für Instrumente dabei? Sag's. Klavier. Ein Klavier. Das halte ich aber jetzt nicht hoch, gell? Nein. Das ist richtig. Ein Klavier haben wir auch dabei. Und was haben wir noch dabei, sag's? Geige. Eine Geige. Halt mal die Geige hoch. So sieht eine Geige aus. Genau. Eine kleine Geige. Und was haben wir noch für Instrumente dabei? Sag's. Ein Kontrabass. Ein Kontrabass. Ein Kontrabass. Halt mal deinen Kontrabass hoch. Ah ja. So sieht ein Kontrabass aus. Genau. Bravo. Bravo. Das war's. Das war's.